so servus grüße und hallo allerseits ich bin es mal wieder der bono mit einem tollen tutorial hier auf kk esport zu fifa 15 ja das wäre eigentlich schon wieder die wunderbare einleitung mit der ich jetzt direkt fortfahre zu dem was wir heute machen und zwar geht es heute um wieder mal eine taktik vorstellung zu dem derzeit besten team das sich in fifa 15 in den usa findet denn die us amerikanische mls ist ja derzeit mitten in der saison und der große vorteil dieser liga ist dass hier bereits alle möglichen transfers getätigt werden das heißt hier spielt man immer mit top aktuellen kadern denn hier ist die saison ja jährlich eingerichtet und nicht so wie wir das kennen dass die saison bei uns in europa im sommer startet und im sommer aufhört sondern in usa ist es so die fängt irgendwo im frühling an und hört eben auch im winter auf von daher ist das gerade mitten der saison und die ganzen transfers sind hier in fifa 15 dann aktuell das beste team das sich derzeit an den usa findet kommt tatsächlich aus seattle ja die seattle saunders vom fc quasi ähnlich wie vielleicht im football möchte man meinen wo die seahawks auch ganz gut dabei sind hier mit ähnlichen vereinsfarben auf jeden fall in grün und blau mag vielleicht ein bisschen merkwürdig anmuten aber was soll es hier jetzt mit einigen transfers die das team ziemlich interessant machen dreieinhalb sterne team kleiner nachteil man spielt halt regelmäßig auch gegen vier sterne teams aber aufgrund dieses kaders finde ich müsst ihr euch auch vor keinem größeren vier term vier ständen verstecken selbst ich habe hier in 442 raute gewählt man kann das selbstverständlich auch ein bisschen anders machen denn die seattle saunders verfügen über einen kader der einige spieler hat die sonst noch potenziell mit in diese mannschaft rutschen könnten wenn ihr gerne ein anderes system spielen wollte das heißt ihr seid nicht zwangsweise hier dran gebunden wenn ihr vernünftig spielen wollte jedenfalls meine meinung und von daher ist das definitiv mal ein blick wert gerade für die fans des mls oder der mls so guck mal vorne im sturm oberfemi martins kennen wir auch bereits aus der bundesliga hat man beim vfl volksburg gespielt ist äußerst schnell dabei andere 93 spring geschwindigkeit 89 auch vernünftiger ausdauer also als stürmer definitiv eine speerspitze kann man so nutzen andere stürmer ebenfalls ein alter bekannt aus der bundesliga letzte saison noch bei eintracht frankfurt unter vertrag ist jetzt nelson weil des auch nicht so langsam sicherlich nicht der schnellste spieler der welt aber im großen und ganz eben gerade was kopfbälle und sowas angeht ein absolutes strafraum tier auch mit seiner erfahrung da definitiv nutzbar im 16er selber dahinter haben wir den us amerikaner clint dempsey der auch für die nationalmannschaft von jürgen klinsmann spielt der überall ganz gut ist ansonsten normalerweise eben stürmer ich positioniere ihn hier auf der 10 denn er verfügt dem wie man auch sehen kann über ballkontrolle er verfügt über einen guten wert beim kurzen pass mit 80 das ist also jemand der definitiv hinter den spitzen ein bisschen hervorstechen kann ansonsten auch selber natürlich den abschluss suchen kann er ist stürmer keine frage kann mit beiden füßen einigermaßen gut abschließen ist also von daher absolut offensiv gut brauchbar dahinter habe ich einmal niegel einem linken mittelfeld wir sehen schon die gesamtwertung 67 letztes vermuten da ist nicht ganz so viel richtig gutes dabei ich habe mich hier drauf fokussiert wieder leute zu haben die besonders schnell sind die ist in fifa 15 ja recht wichtig ist und das sehen wir hierbei antritt und sprintgeschwindigkeit definitiv beim guten mann und die arbeitsraten sind auch super von daher was soll's geht hinten auf der acht oder auf der sechs je nachdem wie man das taktisch stand am ende positioniert ist jetzt andreas iwan schitz der ex-mainzer einer meiner lieblings fußballer muss ich auch ehrlich sagen ist auch nicht so jemand der mit riesig guten werten in sprintgeschwindigkeit und sowas punktet aber eben spielerisch sehen wir sofort absolute bombe ist auch gerade diesen kader enorm bereichert was freistöße angeht ist er enorm gut was schusskraft angeht ist er enorm gut man kann ihn auch für fernschüsse gut nutzen in zweikämpfen ist es so ist ein bisschen schwierig mag man durchaus sagen 184 allerdings immer noch die größe zwei sterne der schwache fuß an die iwan schitz also definitiv links fuß das muss man sich merken aber mit dem spiel aber ansonsten super fußballer tolles stellungsspiel gute übersicht gut um das spiel von hinten aufzuziehen als achter finde ich ihn super als sechster müsste man vielleicht überlegen da sind eben stärker und zweikampf nicht so richtig gegeben da müsste man sonst ein bisschen justieren aber das geht das habe ich mir papa ausgesucht für die andere außenbahn der ist jetzt nicht ganz so fix unterwegs ist es einigermaßen in ordnung aber ist jemand der spielerisch und was schusskraft angeht noch vergleichsweise gut ist und ansonsten eben ja auch mit beiden füßen einigermaßen schießen kann deswegen habe ich gesagt was soll's nehmen wir da papa lass das mal den papa machen abwehrreihe gewohnt möglichst schnell hinten ein sechziger verteidiger nicht so super aber was bälle ablaufen geht top und das ist eigentlich fast immer das worauf es in fifa ankommt da haben wir in der innenverteilung aber auch mal jemand recht gutes alonso nicht mit xabi alonso irgendwie verwandt oder verschwägert meines wissens nach aber jemand der sehr sehr schnell ist gerade für den innenverteidiger dafür allerdings auch nur eine größe von 80 mitbringt trotzdem aber gerade defensiver hoch hat und schwacher fuß zwei sterne also mit spezialität langer pass und sowas ist eigentlich ein zentral defensiver mittelfeldspieler super auch um das spiel zu eröffnen und ansonsten daneben direkt noch einen innenverteidiger der standardmäßiger innenverteidiger ist irgendwie gar nicht so richtig gut kann ich so richtig schlecht kann sonst arbeitsrate hoch hat 1 85 groß ist brauchbar ja neben alonso definitiv in ordnung rechtsverteidiger ist mir es ist ein bisschen schneller sonst als seine kumpanen und kann zumindest ganz gut flanken schlagen jedenfalls was so die relation angeht von daher ist das auch total in ordnung 1 80 keeper ist frei auch kein bruder oder was von alex vor das was trotzdem schweizer 191 groß ja 68 stärke wo soll die stärke herkommen ist so ein durchschnittstorhüter muss man ganz klar sagen abschlag ist allerdings nicht so von daher habe ich gesagt okay geben wir in den vorzug ansonsten gäbe es optionen ein wenig hier zu wechseln man hätte zum beispiel pineda das wäre definitiv jemand den man einsetzen könnte wo man eher eine sechser will der ist was faire zweikämpfe und sowas angeht in der ecke stärker als andreas übern schützt dafür im ganzen spielerischen bereich eben nicht unbedingt hat dafür auch noch ein bisschen bessere arbeitsraten man könnte auch rose nutzen das wäre sonst auch jemand den man vielleicht als anderen achter ihr haben will denn auch hier sind faire zweikämpfe und so nicht ganz ausgeprägt arbeitsraten sind dafür top in verteidiger wäre sonst jemand marshall ist jetzt nicht so schnell und naja gut also man kann einiges machen man hat auch noch einen sehr schnellen stürmer zur verfügung ja auch außer laufen gar nichts kann was soll's ist definitiv eine lustige sache wenn man relativ schnellen fußball spielen will das ist mit diesem team immer möglich und auch eigentlich grundlage des ganzen an den ball reinflanken oder im zweiten fall über den schnellen martins spielen und dann kann man sich sehr viel herausarbeiten freistöße mit andy iwan schützt super in dem sinne ich hoffe euch gefällt das ich hoffe das ist auch genau euer shit und dann wünsche ich euch damit definitiv sehr viel spaß und bis zum nächsten mal dann geht's schon